Unsere Aufgabe ist es, zu untersuchen, inwieweit ganz normale Durchschnittsbürger in einem Atombunker existieren können, unter härtesten Bedingungen zusammengepfercht, extremer Kälte ausgesetzt, isoliert von der Außenwelt und unter totalem Entzug sämtlicher kultureller Errungenschaften. Das weiß ich auch nicht. Sie denken wohl, Sie wissen alles über mich? Wir wissen auch alles über Sie, über jeden von Ihnen. Da waren schon vorher welche hier. Ach, quatsch doch nicht! Sag mal, Boris, warum fixe Sie mich? Sie werden uns nicht rauslassen. Keine Antwort, nichts! Und den Fass kann ich schon nicht mehr sehen! Wir brechen die Sache ab. Und das sofort! Das werden wir nicht. Wir tun nichts dergleichen. Sie nennen sich Wissenschaftler! Wenn du mir noch einmal eine von deinen dämlichen Fragen stellst, bringe ich dir das Genick. Ich will weg von hier! Ich halte es nicht mehr auf! Genau! Wie ist es?